So, deine Würstelzeit und ja, ich habe da wieder etwas gefunden, wo ich direkt so einen Gedanken hatte, nämlich schlechte Idee und schlechte Ideen sind gute Ideen oder so, also gucken wir mal, was ich gefunden habe und ob es wirklich eine schlechte Idee ist oder ob mein Gefühl trügt. Vor einiger Zeit, da hatte ich etwas gezeigt, nämlich sowas hier, das hier genau zu sein. Das ist ein Wi-Fi-MCB, also eine WLAN-basierte Sicherung. Im Endeffekt ist es tatsächlich genau das gewesen. Wir haben eine ganz normale Sicherung hier an der Seite und daneben haben wir hier dieses Wi-Fi-Ding. Das ist ein entsprechendes WLAN-Modul mit einem Motor drin. Der kann tatsächlich hier das Ding hoch und runter machen. War gar nicht so schlimm, wie es erst aussah. Aber dadurch, dass das hier an der Seite tatsächlich eine richtige Sicherung ist, freie Auslösung hat und so Schwäße, ist das zumindest nicht direkt auf dem Niveau von Brennt das Haus ab. Können wir aber natürlich jetzt machen, denn ich habe was Neues gefunden, was möglicherweise dieser Idee, das Haus abzubrennen, irgendwie deutlich besser für geeignet wäre. Das Ding hier. Das hier, das ist offensichtlich Rail Switch. Klingt nach Schalter. Im Internet wird das Ganze aber tatsächlich auch als MCB, also Miniature Circuit Breaker oder ganz normale Sicherung beworben. Hat aber ein paar Dinge, die seltsam sind. Na gut, gucken wir erstmal auf die Packung und dann auf das, was wir online bekommen. Wir sehen hier schon, DIN-kompatibel, wie eine normale Sicherung. Diesmal nur eine Teileinheit, nicht zwei. Ich glaube, es waren zwei bei der anderen. Das ist schon mal deutlich kompakter. Wir haben Remote Control, das hatte die andere auch. Aber hier gibt es Real-Time Metering. Das heißt, wir haben auch hier eine Strommessung integriert, was der Wi-Fi-Ding, was wir da hatten, nicht hatte. Countdown-Mode, okay, wenn ich per Countdown mir den Strom wegschalten möchte, keine Ahnung. Timing-Mode klingt noch seltsamer. Und Loop-Timing, PWM mit Sicherungsautomaten klingt nach einer schlechten Idee. Ja, guter Start, oder? Na ja, gucken wir auf die Rückseite. Da steht nämlich noch mehr. Ich halte jetzt mal absichtlich hier ein paar Sachen zu, denn da kommen wir gleich zu. Prinzipiell nochmal die ganzen Angaben. Aber wir haben hier ein Typenschild. Das Ganze ist von der Firma Tongou, hat angeblich CE, FCC, ROS und so weiter. Und das Modell hier, TOQSY2JZT. So, wieso halte ich zu? Naja, das Erste, das ist hier die Spannung. Es ist jetzt nichts Ungewöhnliches. 90 bis 240 Volt. Wie immer der Hinweis, ja, theoretisch ist das schlecht, weil europäisches Stromnetz geht bis über 250 Volt. Je nachdem, wenn wir die ganzen Toleranzen mit reinrechnen. Und ja, theoretisch ist das zu wenig, aber die meisten Geräte sind so ausgelegt. Von daher müssen wir wohl die Augen zudrücken. Was aber interessanter ist, ist die Zeit drüber. Rated Current Operation, minus 63 Ampere. Das Ding hier soll 63 Ampere abkönnen. Ich will sehr hoffen, dass die da nicht einfach nur ein Relais eingebaut haben. Weil ein Relais in dieser Bauform mit 63 Ampere, das wäre schon sehr unglaubwürdig. Allgemein 63 Ampere in der Bauform, weiß nicht, weiß nicht. Bin ich noch nicht von überzeugt. Ansonsten, wir haben ein P plus N. Das heißt, wir haben einmal den L, der geschaltet wird. Der N, der geht einfach nur gerade durch und wird dann benutzt für die Stromversorgung. Das ist also nicht irgendwie was in Richtung FI-Schalter, RCD oder sonst was. Und was ganz interessant ist, das Protokoll. Das Ding hier spricht nämlich Zigbee und nicht WLAN. Okay, gut. Warum nicht? Ich muss allerdings dabei sagen, man kann auswählen bei der Bestellung, ob man Zigbee oder WLAN haben möchte. Wie üblich, WLAN ein bisschen günstiger als Zigbee. Ich glaube, hierfür müsste ich so um die 15 Euro bezahlt haben. Es ist also auf jeden Fall nichts, was sonderlich teuer ist. Und vor allen Dingen, hey, DIN-Mount mit Metering. Klingt jetzt von Funktionen her interessant. Aber wie gesagt, das sind so ein paar Sachen, wo ich da doch so ein paar Zweifel habe, wie gut das wirklich ist. Wieso? Das gucken wir uns mal hier in dem wunderschönen Angebot an. Man muss das nämlich mal anschauen. Da steht ja auch Wi-Fi-MCB oder Zigbee-MCB. Und das Ganze soll Protection haben. High Power, Overcurrent, Overvoltage, Undervoltage und High Temperature. Tja, also im Prinzip eine Sicherung. Und das Ganze dann mit 63 Ampere? Nö, 1 bis 63 Ampere. Der Auslösestrom ist in der Software einstellbar, meinen Sie. Joa, gut. What could possibly go wrong, wenn man eine Sicherung über eine seltsame Cloud-App neu konfigurieren kann? Ja, gute Frage. What could go wrong? Ich würde sagen, probieren wir es doch einfach aus. Packen wir es mal aus, schauen, was wir kriegen. Und ja, ich muss denke ich nicht dazu sagen, dass ihr das hier nicht als Sicherungsersatz benutzen wollt. Zum einen, selbst wenn das Ding hier tatsächlich sicherungstechnisch okay läuft, wo ich meine Zweifel dran habe, dass das irgendwie so von den Auslösezeiten und so weiter hinkommt. Und das Ding hier wird keinerlei Zulassung haben und eventuell auch von der Sicherheit nicht so dolle sein, wie man das sich vorstellt. So, wenn ich jetzt hier irgendwo einen Weg ins Innere finde, können wir uns das Ding anschauen. Hm, da haben wir es. Yay. Haben eine Anleitung, haben das Gerät, haben einen Knopf von der Vorderseite, um einen auszuschalten. Ein Signal Light. Und zumindest mal hier auch drauf gedruckt, dass N durch geht, L geschaltet wird. Das ist also nicht zweipoliges Abschalten. Dann haben wir 63 Ampere drauf gedruckt, Zigbee. Und ja, sonst nicht wirklich viel. Was mich jetzt gerade hier ein bisschen wundert ist, dass hier Watt, Volt und Ampere noch steht. Aber ich glaube, das ist einfach nur das aus dem Mist. Ansonsten, ja, optisch auf jeden Fall nicht fernab von der normalen Sicherung. Also zumindest mal die Bauform klappt. Auch hier mit dem Schnapper, das ist alles okay. Auf der anderen Seite haben wir dann auch noch mal jede Menge Sachen. Oh, interessant. Gehen wir gerade mal näher ran. Wenn wir hier drauf gucken, dann sehen wir ein paar Sachen, die gut sind, ein paar die schlecht sind. Fangen wir mal hier an. Works with Tuya. Das ist halt die übliche App, die meistens benutzt wird. Wir sehen, dass der L geschaltet wird, der N durch geht. Das ist auch gut. Und auch hier die Infos an den Polen, wo die Schraubklemmen sind, auch sehr gut. Wir wissen, wie weit wir abisolieren müssen. 11 Millimeter Standard. Und wir haben sogar hier eine Spezifikation, wie stark die Schraube angezogen werden muss. 1,8 Newtonmeter. Ehrlich gesagt, ich habe noch keinen Elektriker gesehen, der mit einer Torque-Range hingeht und das Ding wirklich anzieht. Auch wenn es sie zu kaufen gibt. Manchmal würde ich mir aber wünschen, sie würden es tun. Ich hatte da schon Kandidaten, die Sicherungen eingebaut haben. Und die Schrauben so fest angezogen haben, dass da teilweise Stücke aus der Sicherung rausgebrochen sind. Aber hey, ist ja eingebaut, da kommt man ja nicht dran. Kann man so lassen. Ja, die Arbeitsethik einiger Handwerker. Bedenklich. Ne gut. Ansonsten haben wir nochmal die ganzen Angaben hier. Adjustable Current 1 bis 63 Ampere. Das haben wir schon gesehen. Overvoltage können wir einstellen von 220 bis 265 Volt. 265 ist natürlich mehr als die 240, die hier auf der Packung standen. Aber gut, werden Sie sich schon was beigedacht haben. 265 wäre auch sehr gut, weil dann wäre der europäische Bereich auf jeden Fall schon mal abgedeckt. Anderer Voltage. 76 bis 240 Volt. Auch eine ordentliche Range. Können wir mit arbeiten. Womit wir wahrscheinlich nicht so sinnvoll arbeiten können, sind die anderen Angaben hier. CE, ja, das ist eine Selbstzertifizierung. Mag sein. ISO 9001, ich glaube, das war nur Papierkram. Eventuell. BV sagt mir jetzt nichts. Das ist irgendein Sicherheitssiegel. Würde mich aber ehrlich gesagt wundern, wenn das tatsächlich existiert. Und das hier definitiv nein. Ich habe jetzt die ganzen DIN und EN-Regeln mir nicht durchgelesen. Das hier werden Design für den Sicherungsautomaten. Und ich würde schon fast meinen Hintern drauf verwetten, dass ein einstellbares Current Limit oder auch die Auslösezeiten von hier dem Ding eher nicht mit den Normen vereinbar sind. Also würde mich wundern, wenn einer von euch da irgendwie Zugriff auf die Normen hat. Kann das gerne unten in den Kommentaren ja ergänzen. Aber ich, wie gesagt, würde davon ausgehen, dass das Ding definitiv nicht die nötigen Vorgaben erfüllt. Na gut, gucken wir nochmal in die Anleitung, was wir da Schönes bekommen. Wir haben natürlich den üblichen, ich glaube, das ist irgendwas Home-App. Habe ich schon mal gesehen. Die ist halt bei allen Geräten Standard. Wobei wir sie hier nicht brauchen, weil wir haben ja Zigbee. Zigbee sollte theoretisch recht universell sein. Was schon mal interessant ist, hier ist jetzt die ganze Zeit von SY1 oder SYI die Rede. Keine Ahnung. Das hier ist Tongu und Modell. Hier steht zwar ein SY2 drin, aber anscheinend passt das nicht hundertprozentig. Andererseits, hier unten ist SY2 dann wieder gelistet. Bö, gut. Zigbee, Wi-Fi, wissen wir. Die Werte nochmal alle. Und ja, Custom Development Protocol auf Unrequest. Okay, gut. Gut, man kann es customisen. Für uns aber irgendwie relevanter wäre, wie man es einrichtet. Ich sehe jetzt nicht so viel. Konfigurationsmodus ist 10 Sekunden, 5 bis 10 Sekunden gedrückt halten. Das hätte ich irgendwie schon erraten. Ansonsten N an N Klemmen, L an L Klemmen. Ich denke, das ist machbar. So, ansonsten sehe ich da jetzt nichts. Was ich auf jeden Fall schon mal gut finde, ist das hier. Please combine surge protection and circuit breaker device. Das heißt, die sagen hier definitiv, es geht von, wenn der Strom reinkommt, der Strom muss irgendeine Art von Spannungs-, Überspannungsableitung haben. Das ist heute eigentlich auch Standard. Eine alte Installation wird man es wahrscheinlich nicht haben. Aber wie gesagt, wir können eigentlich davon ausgehen, dass das existiert. Und es muss erst über eine Sicherung gehen und dann hier in das Gerät und von da aus zur Last. Das ist ein sehr guter Hinweis, dass man zumindest mal vor dem Gerät hier, wo es reinkommt, irgendetwas als Sicherung hat. Was wahrscheinlich schneller auslöst, zulässiger ist und ja, auch dann das Ding ein bisschen schützt. Weil wie gesagt, wenn es Software kontrolliert ist, ich gehe sehr stark davon aus, dass es einfach tatsächlich in der Software eine Loop drin ist. Ich messe mal den Strom, gucke ab und zu mal hin und wenn es irgendwie über einen Wert ist, den ich im Speicher habe, dann fahre ich entsprechend hier das Relais, Schütz, was auch immer hier drin ist, an. Ja, das ist wahrscheinlich nicht so dolle. Na gut, viel haben wir nicht. Können wir nur ausprobieren. Ausprobieren ist auch ein gutes Stichwort. Ich denke, den üblichen Displaymarkt kennt ihr langsam auswendig. Aber trotzdem die üblichen Hinweise. Das Ding hier kommt an Netzspannung. Das heißt also, im Zweifelsfall wird das relativ gefährlich. Geht bitte nicht da dran, wenn ihr euch nicht mit Strom auskennt. Das heißt also, mindestens mal solltet ihr die fünf Sicherheitsregeln runterbeten können und vorzugsweise auch verstanden haben, was das heißt und sie umsetzen. Hier wird es nochmal problematischer, weil 63 Ampere und es wird meistens ja in einem Verteilerkasten, Sicherungskasten eingebaut, wo höhere Ströme sein können. Wo im Zweifelsfall auch Leitungen sind, die vielleicht nicht so geschützt sind wie eine normale Steckdose. Gerade das Thema FI-Schalter. Das hat man im Zweifelsfall halt nicht, je nachdem, wo man in so einem Kasten dran packt. Also ich würde ja sagen, lasst es am besten von einem Fachmann einbauen. Aber ich habe die Befürchtung, wenn jemand Elektriker gelernt hat und dieses Ding hier sieht, dann läuft er höchstens schreiend weg. Aber, na gut, ich werde mich mal wieder zu meinem Platz begeben für Testaufbauten. Dann gehen wir mal Saft drauf und gucken, ob wir das Ding im Zigbee sehen. Mit etwas Glück wird es direkt von Zigbee2MQTT unterstützt. Das wäre natürlich ideal für mich. Dann kann ich es direkt ansteuern. Dann schauen wir mal, was das Ding so für Werte rausrückt und ob die irgendwie einen Sinn ergeben. Mal gucken. Vielleicht machen wir noch ein paar Messungen, wie gut da die Sicherungen tatsächlich reagieren. Und auseinanderbauen wäre natürlich gut, aber das Ding ist halt genietet. Von daher muss man mal gucken, ob wir das irgendwie sinnvoll auseinander bekommen. Na gut, gehen wir mal basteln. Also machen wir mal einen Testaufbau. Dafür habe ich hier zwei Drähte mit Netzspannung. Da müssen wir natürlich beim Anklemmen darauf achten, dass die spannungsfrei sind. Also den zweipoligen Spannungsprüfer einmal dran halten. Spaß beiseite. Das Ding ist hier definitiv offen. Und den Stecker habe ich auch in der Hand. Ansonsten bitte nicht sowas machen, sondern was Vernünftiges nutzen. Wo man hier aufpassen muss, bei dem Ding hier, ist beschriftet. Oben Power, unten Last. Das heißt also, wir müssen oben reingehen. Da kommen wir von unserer Sicherung an. Und hier unten geht es dann raus zu den Steckdosen oder was auch immer man dahinter hängen möchte. Das ist andersrum wie das, wie ich es klassisch kenne. Ich kenne es eher so unten kommt rein, oben geht raus. Und ja, hätte es auch gerne so rum gehabt. Aber anscheinend haben wir hier nicht den Luxus. Ansonsten links N, rechts L. Ich bin mir jetzt nicht 100% sicher. Aber ich meine, das war bei zumindest so den FILS, die ich so kenne, auch andersrum. Ich müsste nochmal nachgucken. Aber, ja, ehrlich gesagt, es ist am Ende auch egal. Solange es beschriftet ist. Wo man das wiederfindet, passt das schon. So. Jetzt die Kabel dran haben. Sollten wir den theoretisch ja schon finden können. Das ist ja ZigBee, also. Ja, den Torque lassen wir jetzt mal auf Hand fest. Dann würde ich sagen, nehmen wir uns das Ding mal vor. Gucken, was passiert. Hauptstrom ein. Und wenn ich jetzt hier runter mache, müsste der hier Strom bekommen. Und ich gehe davon aus, dass der dann auch ein bisschen anfängt zu blinken. Und eventuell sogar schon. Eventuell sogar schon anfängt, hier eine Verbindung aufzubauen. Dann gehen wir doch direkt hier mal auf Permit Join. Okay. Und Strom an. Hm. Keine Explosion, aber auch keine Anzeige. Drücken wir mal. Okay. Schaltet geht an. Klingt auch so, als ob da ein bisschen was dahinter ist. Das klingt schon eher Richtung Schütz als Relais. Dann halten wir mal gedrückt. Okay. Es blinkt was. Und wir sehen ein neues Gerät. Und tatsächlich, da haben wir es. Modell T, O, Q, S, Y, J, 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 J. Der zeigt sogar das richtige Bild an. Also anscheinend kennen Sie es. Smart Circuit Breaker Supported. Power ist Netzstecker. Das heißt also, der ist wohl auch, ja, hier steht es auch Device Type Router. Das heißt, der leitet dann auch Zigbee-Signale weiter. Und was exposen wir? Ui. State On Off. Power Outage Memory. Also nach dem Stromausfall, ob er an oder aus sein soll. Die Indicator Mode können wir einstellen. Also ob wir die Lampen anhaben wollen. Power Current. Voltage Energy. Die Temperatur. Es gibt eine Temperatur Threshold. Power Threshold. Over Current. Over Voltage. Under Voltage. Und wir können sie auch alle einzeln ausschalten. Also wir können auch einfach sagen, okay, Übertemperatur interessiert uns nicht. Machen wir das aus. Dann brennt es halt ab. Okay. Weiß ich nicht, ob das so eine gute Idee ist. Ich hätte es vielleicht dann auf Maximum gesetzt. Aber gut. Was ist der kleinste bei Kilowatt, was wir setzen können? Ein KW. Okay. Ja, ja, ja. Good to know. Und auch Over Current ist wahrscheinlich dann ein Ampere. Ja. Okay. Dann können wir tatsächlich einstellen, dass er bei einem Ampere dann ausgeht. Ja. Klingt alles gut. Können wir tatsächlich jetzt an- und ausschalten hier. Lasst mal gucken. Und ich mache mal gerade hier den Ton darüber. Also. Jo. Und ich schätze, wenn ich hier drücke, aktualisiert er da auch. Wunderschön. Also zumindest vom ersten Blick da drauf scheint alles zu funktionieren. Hm. Können wir auch mal gerade gucken, ob unten tatsächlich nichts rauskommt. Ich glaube, es wird nur der L geschaltet. Der N geht ja durch. Das heißt also, L müsste ich messen können. Jo. Der ist da. Hier unten nicht. Wenn wir anschalten, hier unten schon. Jo. Funktioniert alles. Also er schaltet auch sauber. Das sieht alles ganz gut aus. Dann suche ich mir mal irgendeine Last, die möglichst über einem Ampere liegt. Dann gucken wir mal, was dieser Smart Circuit Breaker-Gedönse einstellbar in Ampere dazu sagt. Und das hier geht zu einem Schuhkorn. Jo. Äh. N war links. Ein bisschen ausgefranst. Aber wie gesagt, ist ja nur zum Testen. Und Erde möchten wir eventuell auch haben. So. Gut. Wieder ein kurzer Blick drauf. Ist das alles so okay? Ja. Müsste funktionieren. Dann sollte ich jetzt theoretisch Last draufschalten können. Gucken wir mal, ob das auch geht. So. Äh. Dann. Zuleitung an. Mal gucken. Jo. 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 Sollte passen. Zuleitung ist an. Strom an. Dürften wir hier auch aktuelle Werte haben. Jo. 0 Watt. 0 Ampere. Das klingt gut. Schalten wir mal die Last an. Moment. Wir stellen erstmal das Current Limit hoch. Dann schalten wir die Last an. Dann können wir mal gucken, wie viel das zieht hier. An. Und. 5 Ampere. Okay. Etwa 1 kW. Stellen wir das hier mal auf. Äh. Nicht 2 kW. Stopp. Die kW wollte ich nicht einstellen. Ich wollte die auf 2 Ampere stellen. Dann schauen wir mal, ob der auslöst. Was ist eigentlich mein Eingang hier? Da ist eine 4 Ampere Sicherung. Die wird bestimmt lange genug durchhalten. Mal gucken, wer zuerst fliegt. Die 4 Ampere B Sicherung. Oder der hier mit der digitalen Ansteuerung. Eigentlich müsste der hier das machen. Weil B 4 Ampere bei 5 Ampere eine kleine Überlast. Das löst thermisch aus. Ich glaube, man müsste in die Tabelle gucken. Ich würde mal schätzen, das dauert mindestens eine Minute oder sowas. Also. An geht's. Und. Da hat er ausgeschaltet. Okay. Also zumindest diese Abschaltung, die wir... Oh, waren sogar 2 kW. Sorry. Zumindest die Abschaltung, die wir konfigurieren können, klappt. Ist natürlich in keinem Fall ein Ersatz für den Sicherungsautomaten, das Ding hier. Einfach weil, nee, diese Software, die kann auch mal hängen bleiben. Oder jemand kann halt einfach einen anderen Wert hier konfigurieren. Also da würde ich mich jetzt vielleicht nicht drauf verlassen, das Ding wirklich einzusetzen. Aber wir hatten ja auch gesehen, in der Anleitung ist es richtig erklärt. Also da steht auch tatsächlich drin hier, bitte macht vernünftig und setzt eine Sicherung davor. Und das sollte man natürlich dann auch tun. Okay. Strom aus. Und ich würde sagen, dann werfen wir hier mal einen Blick ins Innere. Ist natürlich jetzt sehr, sehr schade, weil es sieht tatsächlich gar nicht so schlecht aus. Und, nee, ich habe die Befürchtung, dass das Zerlegen hier am Ende tatsächlich möglicherweise nicht reversibel ist. Einfach weil das Ding genietet ist. Von der Seite gleich drauf gucken. Da sehen wir das sehr schön. Ja, genau. Hier sehen wir diese wunderschönen Nieten. Aber hey, da tut man nicht alles, um zu wissen, was man denn hier vor die Nase bekommt. Ich gebe ja von außen ein großer Teil. Hier wird tatsächlich hier unten ein Anschütz sein, ein richtiges. Das heißt also, hier unten werden die, Moment, wo ist L? L ist auf jeder Seite. Das heißt, hier auf der Seite wird hier Metall reinkommen. Hier Metall reinkommen und in der Mitte wird dann mit einer Feder entsprechend eine Brücke drauf sein, die magnetisch irgendwie runtergedrückt wird oder runtergezogen wird. Und dann hier oben in dem Bereich wahrscheinlich eine entsprechende Ansteuerung. Wird wahrscheinlich ein bisschen größer sogar sein. Vielleicht, dass du den N-Bereich noch ein bisschen ausfüllst. Einfach weil wir so viel brauchen. Wir brauchen ja ein komplettes Netzteil von den, das ist 230 Volt, ja bis 265 Max. Also ein Standard-Netzteil runter auf 3,3 Volt. Wir brauchen den Zigbee-Chip hier irgendwo drin. Und ein paar LEDs hier oben. Den Taster müssen wir auch noch unterbringen. Und ja, stimmt, Metering hat das Ding auch noch. Das heißt, wir müssen tatsächlich auch eigentlich noch mindestens mal wahrscheinlich einen Dedicated Chip haben, der die Messung durchführt. Und dazu einen Eingang für die Strommessung. Das heißt also viele große SMD-Widerstände, die die Spannung auch aushalten. Und ja, Shunt ist die Frage, ob sie einen Dedicated Shunt haben, also einen Messwiderstand für den Strom. Oder ob sie hingehen und das irgendwie per Hall-Effekt messen oder den Schaltkontakt selber als Shunt benutzen. Wir werden es sehen. Ich gehe mal eine Runde bohren, weil ich habe die Befürchtung, sonst geht das hier nicht auf. Okay, dann testen wir mal, was wir so haben. Ich habe das Ganze schon mal hier ausgebohrt, entsprechend. Ich habe es aber jetzt noch nicht offen. Also, setzen wir mal an. Ein bisschen geht es hier schon auseinander, aber auch nur ein bisschen. Es ist mir zumindest noch keine Feder entgegengekommen. Mal gucken, ob das noch passiert. Na klar. Okay. Hier in der Ecke hängt es noch ein bisschen. Ich sehe schon mal ein Elko und tada. Oh. Was ist denn? Was ist anders, als ich mir das vorgestellt habe? Okay, was ist denn hier was? Das hier ist der N-Kontakt. Der geht einfach nur komplett eins zu eins durch. Mit einem kleinen Drähtchen zur Elektronik hier oben. Die kommt auch am Stück raus. Gut. Was mich jetzt ein bisschen wundert, das ist der schwarze Kasten. Das ist wohl unser Schaltding. Und was da schon mal nicht passt. Coil, 5 Volt. Okay, fein. Aber Schaltleistung 250 Volt AC bei 60 Ampere. Gucken wir nochmal auf die Specs hier. Ja, 240 Volt. Okay, 265. Das wäre Overvoltage. Könnte ich mir auch noch als akzeptabel. Aber 63 Ampere. 60 Ampere. Das passt nicht. Ich hätte es auch ehrlich gesagt schon sehr vermutet, dass es so ist. Aber gut, das haben wir jetzt hier. Ansonsten haben wir hier nochmal zwei Kabel, die abgehen. Ah, okay. Also wir haben einmal hier das Kabel, das geht auf denselben Stecker. Das wird unsere Stromversorgung sein mit hier diesem Bereich. Dann haben wir hier nochmal zwei Kabel, einmal rot, einmal blau, die auf denselben Stecker gehen. Und ich schätze, die benutzen hier unten dieses kleine Stück Metall tatsächlich dann als Schandwiderstand, um die Strommessung zu machen. Interessanterweise auch an der Zuleitungsseite. Ja, an der Zuleitungsseite. Und last but not least haben wir zwei Kabel, die hier drauf gehen. Das wird die Coil sein, um hier zu schalten. Und hier geht entsprechend das dicke Ding hier rein. Und auf der anderen Seite wieder raus. Das ist dann unser Relais oder was auch immer das darstellen soll. Aber ich sehe hier, das ist geklippt. Das können wir uns gleich auch noch vornehmen. Da alles gesteckt ist, können wir aber hier auch zum Glück recht einfach dran. So, blau oben. Check. Na komm. Aber wir können ja alles sehen. So, ich mache mal ein paar Fotos, dann gucken wir uns das am PC an. Dann schauen wir mal, was wir hier erkennen können. So, schauen wir uns das Ding mal an. Erste Sache, die wir hier sehen, ist das Funkmodul. Und hier sehen wir schon eine Beschriftung ZSU auf dem Chip und auch außen. Das Ganze ist so eine Briefmarke, die drauf gemacht ist. Das ist offensichtlich ein fertiges Modul. Und wenig überraschend, das Ganze ist ein Tuya-Board. Das Ganze für Zigbee auch nicht wirklich überraschend. 32-Bit-Arm-Cortex mit 80 MHz. Also leistungstechnisch in etwa vergleichbar mit so einem ESP8266. Interessant dabei, Operating Range. 2 Volt bis 3,8 Volt. Wir hatten ja gesehen, das Relais läuft mit 5 Volt. Also gibt es anscheinend wirklich zwei Spannungsebenen auf dem Ding. Und wenn wir unten gucken, da haben wir auch noch das Pin-Out. Ich verlinke euch das Datenblatt unten. Wie wir sehen können, es ist auch nicht alles verlötet. Wir haben ein paar, die sehr ausgiebig Lötchen gesehen haben. Ein paar, die so ein bisschen Lötchen gesehen haben. Aber allgemein, hier unten das, was wir sehen, das ist eigentlich ausreichend, um eine Lötverbindung herzustellen. Die haben ja auch auf der Unterseite auch Pads. Das Modul selber, wie wir sehen können, kein externer Antennenverbinder. Das heißt hier oben, das ist unsere 2,4 Gigahertz Onboard Antenne, die hier genutzt wird. Und die sollte für Zigbee eigentlich auch ausreichen. Der Rest von Bord, ja, auf der Oberseite erstmal nicht ganz so viel. Wir haben die drei Steckverbinder für entsprechend Stromeingang. Das müsste die Strommessung gewesen sein. Und ich meine, hier war dann das Relais dran. Ansonsten auf der Oberseite, schön zu sehen, hier hinten dieses Dreigestirn. Wir haben einen großen Kondensator mit 400 Volt, wir haben einen kleinen Kondensator mit 16 Volt und wir haben hier eine Spule. Das deutet schon sehr stark darauf hin, dass das Ganze ein Schaltnetzteil ist. Einfach Eingang, wird irgendwo unten gleichgerichtet. Hier sammeln wir die gleichgerichtete Spannung, schieben das dann über die Spule und am Ende kommt dann eine kleinere Spannung raus. Mit dabei der hier. Ich gehe davon aus, dass das Fusible Resistor ist, also eigentlich ein Widerstand, aber er ist so gebaut, dass er bei Überlastung durchbrennt und quasi auch als Sicherung fungieren kann. Und ja, hier unten noch ein kleiner Filter. Heißt aber auch, wir werden auf der Unterseite noch ein bisschen was haben, also drehen wir mal rum. Ja, auf der Unterseite haben wir dann schon die große Versammlung der ICs. Was relativ gut zu erkennen ist, hier dieser Bereich, der wird für die Stromversorgung zuständig sein und viele Dioden hier unten und ein Chip, der auch eher nach viel Spannung aussieht mit hier diesen verbundenen Pins. Aber hier oben noch zwei relativ große Widerstände, die scheinen auch hier hinten rüber zu gehen. Das dürfte dann wohl unsere Spannungsmessung sein, die dann hier in den ADC reinläuft. Ich meine hier die Bauform müsste jeweils 250 Volt packen, also das sollte dann auch passen. Hier hinten in dem Bereich wahrscheinlich nochmal einen Schaltregler, einfach weil wir nochmal eine Spule haben. Wir haben hier nochmal einen Chip, der in Richtung Spannungsregler gehen könnte. Und letztendlich noch ein Ding hier und was auch immer das hier ist. Da habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich kann mir nur vorstellen, dass eins davon noch die Stromspannungsmessung macht und der Rest keine Ahnung. Das wird sich auch nicht bessern, denn man kann es ja hier schon erkennen, die Dinger sind halt hier komplett abgelasert worden. Das heißt, alles, was an Beschriftung mal drauf war, ist weg. Und hier tatsächlich bei manchen Chips noch so einen ganz kleinen Überrest, aber hey, selbst die Dioden hat man gelasert, weil ja, okay. Und der Bereich, wo was erkennbar ist, das ist halt auch nur hier der Chip, wo relativ klar ist, dass das ein Schaltregler ist. Und hier unten, der auch, naja, er geht halt an die Schwule ran, ist auch ein Schaltregler. Ja, ansonsten, ja, nochmal übereinander legen. Ich habe jetzt mal die Oberseite gespiegelt. Kann man auch schön sehen, wie das alles aufeinander passt. Wir haben wirklich hier in diesem Bereich, wo die Stromversorgung erwartet wird, auch oben dann den Eingang, die Sicherung, die ganzen Sachen, die Zubehör sind wahrscheinlich. Ein Board haben wir noch, und zwar hier oben, da sitzt ja noch so ein Board quer, was anscheinend dann für den I.O. zuständig ist. Zwei große Pins, die verbunden sind, nochmal ein paar kleine Pins, die verbunden sind, die wir hier haben. Und ja, da ist nicht viel drauf. Und da tatsächlich nur drei LEDs, ein Schalter und dann entsprechend hier die Vorwiderstände für die LEDs und ein bisschen Pufferzeugs. Das war's. Was mir allerdings hier noch aufgefallen ist, was tatsächlich eher positiv ist, ist das hier, das Logo. Das ist ja dieses AT, OT, ich habe keine Ahnung, wofür das erste stehen soll, aber das haben wir schon mal gesehen. Und zwar auf diesem Relais. Das heißt also, dieses Relais oder die Schalteinheit, wie auch immer man hier das Ding nennen möchte, ist anscheinend tatsächlich vom selben Hersteller wie auch die Ansteuerelektronik. Und das ist so ein bisschen gute Sache, denn das heißt, okay, das ist speziell hierfür entwickelt. Und das ist dann auch eine Erklärung, warum wir hier nicht wirklich was draufstehen haben, außer ja, das Ding ist 5 Volt und 250 Volt, aber keine Prüfsiegel und nichts. Aber wenn es halt ohnehin speziell für hier das Gerät gebaut wird, dann wären im Prinzip die Prüfsiegel, die außen auf dem Gerät sind, auch dann durchaus für die Sachen, die verbaut sind, gültig. Und wenn man es halt ohnehin nur in geprüften Produkten einbaut, dann muss man nicht nochmal den kompletten Zertifizierungsprozess für so ein Relais machen. Das Einzige, was ich hier in dem Ding dann einkreiden würde, das wäre hier bei der Strommessung und der Stromversorgung. Die Drähte sind halt ein bisschen dünn. Nur sind wir realistisch. Das Schlechteste, was passieren kann, ist das irgendwo durch Schrammen, wo ich jetzt nicht wüsste, wieso, weil man hat ja eigentlich keine Bewegung in hier so einem fest verbauten Teil. Und selbst dann, naja, der Fehler bleibt im Gehäuse, wir haben ja von außen nichts, was irgendwie was Metall ist, was man berühren kann. Das heißt, der Fehler bleibt zum einen im Gerät und zum zweiten, naja, wir haben eine Sicherung davor. Die schaltet dann ja auch hoffentlich zeitnah ab. Okay, dann nehmen wir uns noch den hier vor. Mal gucken, ob wir die Clips so weit aufbekommen, dass wir da ins Innere gucken können. Mal schauen, was deren 60 Ampere heißen. Ich meine, es klang jetzt nicht schlecht akustisch. Anschlüsse hängen, glaube ich, im Deckel. Und da sind wir. Okay, viel ist nicht zu sehen. Es scheint aber tatsächlich ein Standardrelais zu sein. Hier haben wir eine Spule. Hier haben wir unsere Kontakte. Was mir gerade auffällt, es ist ein Latching Relay. Das heißt also, wenn es einmal ein- oder ausgeschaltet ist, braucht es keinen Strom mehr. Dann wird man wahrscheinlich hier die Spule unterschiedlich polarisieren müssen, um in die jeweils andere Richtung zu schalten. Okay. Gut to know. Ansonsten hier unten ist, was ist das? Ist das Dreck oder? Ne, das ist Kontaktfett, wie es aussieht. Ja, scheint irgendeine Schmierung oder sowas zu sein. Oh, okay. Kontakte. Ob ich 60 Ampere drüberjagen würde, keine Ahnung. Aber zumindest für so 16 Ampere Zeugs hätte ich da jetzt auch keine großen Bedenken. Also, Beschriftung, mehr Technik. Ja, und das ist dann der Kleine, unsere Zigbee in Airquotes Sicherung. Eine Sicherung ist es definitiv nicht. Ich würde mich da auf keinen Fall drauf verlassen. Auch auf die sonstigen Aufdrucke, also 63 Ampere nein, die ganzen Zulassungen hier nein. Aber wenn es rein darum geht, irgendwas zu haben, was ein bisschen was schalten kann, vielleicht nicht die schlechteste Wahl. Es ist ein vernünftiges Paket. Und die Sachen, die verbaut sind, sehen so aus, ob sie halbwegs isoliert oder Abstand genug haben. Ja, die dünnen Kabel im Inneren, die sind nicht toll. Aber es sieht halt teilweise besser aus, als das, was man sonst so sieht. Und naja, es ist ja noch eine Sicherung davor, wenn man es vernünftig anschließt. Von daher passt das schon. Am Ende muss es sich natürlich im Dauerbetrieb zeigen, weil da trennt sich die Spreu vom Weizen. Ich meine, ich erinnere mal an hier sowas. Da sind inzwischen innerhalb von zwei Jahren über die Hälfte bei mir ausgestiegen und andere Leute berichten halt Ähnliches. Von daher, mal gucken. Ich werde den hier auf jeden Fall in irgendwas von meinen Bastel-Ecken mal reinmachen. Einfach als zusätzliche Möglichkeit, da im Zweifelsfall mal schnell ein Software-Limit zu setzen. Ich habe hier zwar schon unterschiedlich abgesicherte Dosen, die dann so die Standardwerte können. Also zum Beispiel 2 Ampere, 3 Ampere. Ich glaube 6, 8, 10 und 16 habe ich oder sowas in die Richtung. Müsste ich nochmal gucken. Aber hier kann man dann im Zweifelsfall ja nochmal ein genaueres Limit setzen. Und vor allen Dingen, der hier löst halt nach einer gewissen Zeit aus, wenn er es per Software erkennt. Während die anderen halt erstmal warm werden müssen, was dann doch schon mal ein bisschen länger dauern kann. Von daher, ein zusätzliches Ding, was abschalten kann, ist da nicht verkehrt. Und ansonsten, ja, ich bin mir ehrlich noch nicht so ganz sicher, wofür man es im Normalbetrieb, sage ich mal, einsetzen wollen würde. Es ist offensichtlich gedacht für einen Verteilerkasten, für irgendeine Unterverteilung oder so. Allerdings, man braucht halt zwei Teileinheiten, weil man muss ja zusätzlich zu jedem noch eine Sicherung davor setzen, wenn man da direkt was machen will. Und was ich ein bisschen schade finde, hier gibt es halt keinen Eingang. Das heißt, man kann nicht irgendwie ein Licht oder sowas machen, wo man einen Lichtschalter reinführt und wieder raus. Das ist hier halt leider nicht drin. Braucht man wieder ein zusätzliches Gerät, was dann das könnte. Aber, hey, es ist mal was anderes. Und gerade die Strommessung ist für mich natürlich immer Gold wert, weil das sind Dinge, die ich gerne sehen möchte. Wie gesagt, achtet mal auf die Kommentare. Wenn da irgendwie sich noch was auftut, werde ich es da posten. Ansonsten scheint er ja zumindest fürs Erste, wenn man ihn nicht zerlegt, das zu tun, was er soll. Das ist hier halt nicht drin.